Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erst in einem vergangenen Video habe ich mein Lager komplett neu organisiert. Da habe ich hier ganz, ganz viele Plastikkisten gekauft und habe halt eben ein komplettes Lager damit ausgestattet, um die ganzen kleinen Teile dort einzuräumen. Wie gesagt, das Ganze ist ein eigenes Video, da habe ich mit meiner Freundin hier alles eingeräumt und umgeräumt und es hat hier drin wirklich sehr, sehr schlimm ausgesehen, mittlerweile aber zum Glück nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt habe ich eine Sache noch nicht aufgeräumt, und zwar ist das hier das Thema mit diesen Lackdosen. Ich habe hier hinter mir ein Regal, wo noch ganz viele Dosen drinstehen und das Dümmste, was man eigentlich machen kann, ist hier diese ganzen Dosen immer hintereinander zu stellen, außer man hat natürlich nur gleiche, denn dann vergisst man halt irgendwann, welche Dosen man hat und wenn man mal eine Dose braucht und die dann rauszieht, hat man eine riesen Unordnung, so war es bei mir die letzten Wochen und Monate jetzt so. Und deswegen will ich hier in diesem Video dafür auch ein bisschen Abhilfe schaffen, aber ich zeige euch hier erstmal noch so ein bisschen mein Unordnungsregal. Gut, so viel steht hier gar nicht mehr, ein paar Lackdosen haben wir hier noch, aber ihr seht, ein sehr, sehr tiefes Regal, wo ganz viel Potenzial ist, dass es unordentlich wird. Ganz viel Potenzial. Tatsächlich habe ich gestern mit dem Projekt auch schon angefangen und ich habe hier ein paar Testbohrungen gemacht. Ich habe mir nämlich auch einen Kreisschneider gekauft. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, deswegen probiere ich es heute halt eben nochmal frisch erneut. Und die erste Aufgabe für uns ist es, einen Lochdurchmesser mit dem Kreisschneider zu bohren, in den halt eben die Dosen gut reinpassen. Aber davor werde ich noch eine andere Sache machen. Das gestrige Problem war nämlich, dass ich gedacht habe, dass alle Dosen relativ gleich sind. Der Durchmesser von der Dose an sich ist auch relativ gleich. Die sind, was das angeht, relativ ähnlich. Nur, manche Dosen haben unten einen anderen Fuß und das ist ganz entscheidend, denn das heutige Projekt, das heutige Regal, wie man es auch nennen will, ist nur für diese Arten von Dosen geeignet. Ihr seht, dass hier diese Dose sich nach unten leicht verjüngt. Das spielt uns wirklich in die Karten. Hier diese Dosen, beziehungsweise dieser Dosen-Typ, der wird nach unten hin breiter. Vielleicht kommt das daher, dass manche Dosen so gefertigt wurden, dass man sie irgendwie stapeln kann. Auf jeden Fall können wir das heute Regal für diese Dosen hier nicht benutzen. Ist aber auch kein großes Problem, denn die meisten Dosen in meinem Regal hatten hier diesen Fuß oder haben hier diesen Fuß. Das bedeutet, die passen in das Regal, welches wir jetzt halt eben bauen werden. Wir gehen zur Säulenbohrmaschine und machen da mal die erste Aufgabe. Ich habe jetzt mal eine Testbohrung gemacht und habe das nachgemessen. Das sollte tatsächlich schon passen. Ich werde das jetzt durchbohren und ausprobieren, ob es halt auch einfach funktioniert dann. Ach, es ist zu groß schon wieder. Ich habe echt das Gefühl, dass das teilweise ein bisschen Glückssache mit diesem Kreisschneider hier ist. Also so eine feine Einstellung habe ich bis jetzt nie so richtig hinbekommen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als das extrem oft auszuprobieren. Jetzt ist es wieder zu groß. Das gibt es doch nicht. Jetzt ist es so. Samo, Scheißteil, ey. Noch ein Versuch, noch ein Versuch, weil es so viel Spaß macht. Mann, ey. Da wäre ich schneller, wenn es Schleife würcht. Ich habe jetzt endlich den passenden Durchmesser gefunden. Ihr seht, ich habe ganz viele Versuche gebraucht. Jetzt kann ich hier aber einfach eine Dose reinstecken und das Ganze bleibt dann auch waagerecht drin in dem Regal hängen. Das sind jetzt die Dosen, die ich in das heutige Regal reinbekommen möchte. Ihr seht auch, dass das hier mehr sind als diese hier. Denn diese hier kann ich nicht in das Regal reinpacken. Die haben nämlich diesen breiteren Fuß. Ich werde mir jetzt ein paar Maßen nehmen und kann dann ein bisschen Plattenmaterial zuschneiden, damit wir das dann gleich auch bohren können. Klitzekleines Update. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe festgestellt, dass sich der Greilschneider nach so in etwa 4, 5 Bohrungen verstellt hat und meine Löcher dann nicht mehr gepasst haben. Jedes Mal neu einstellen wäre viel zu viel Aufwand. Deswegen kann man das schon mal knicken. Danach habe ich mir gedacht, komm, okay, die Löcher, die jetzt schon mal passen, kannst du ja benutzen, um das Ganze dann mit einem Bündigfräser zu machen. Das habe ich ausprobiert und habe dann halt eben hier dieses Stück angefertigt. Dann habe ich mir gedacht, cool, endlich hat es funktioniert. Dann habe ich mir wieder ein paar Dosen genommen und habe mal ausprobiert, wie gut die hier drin halten. Also, diese hier sind irgendwie komplett durchgewitscht. Dann sind aber auch ein paar andere dabei, die halt eben viel strammer bei manchen Löchern reingehen und bei manchen hält es halt eben gar nicht so gut. Also, wenn ihr 3, 4 Dosen habt, ist das eine coole Methode, aber bei so einem großen Regal ist mir dann die Gefahr viel zu groß, dass man an eine Dose rankommt, die fällt runter und man bekommt dann irgendwas ins Auge. Deswegen werde ich wie jedes Mal nicht den einfachen Weg nehmen, weil der irgendwie nicht funktioniert hier in der Werkstatt, sondern den viel, viel arbeitsintensiveren. Jetzt geht es mit Massivholz los, denn jetzt werde ich mit Massivholz weiterarbeiten. Film ab. Film ab. Musik Heute ist es mal wieder soweit. Heute werde ich mal wieder meine Systembohrmaschine benutzen, denn ich möchte die Zwischenböden verstellbar machen. Das bedeutet, wenn ich mal vielleicht Lackdosen reinstellen möchte, dann wird das kein Problem sein, denn ich kann die Böden einfach in der Höhe verstellen. Wir gehen mal kurz zu der Maschine. Man kann ja schon gut erkennen, was die Maschine macht. Die macht Lochreihen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich habe die von einem Schreinermeister gekauft und das ist abgefahren, was man mit dieser Maschine noch alles machen kann. Ich habe sie bis dato nur für Lochreihen benutzt, aber wie gesagt, die kann ganz, ganz viel, was ich nicht immer als weiß, was sie alles kann. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt einmal alles eingestellt. Ganz wichtig ist eine Sache, denn wir brauchen die gleichen Anschlagspunkte von unten nach oben. Denn sonst werden unsere Lochreihen nämlich versetzt, deswegen habe ich mir das hier einmal ganz schnell markiert. Hier sieht er einmal die ganzen Anschläge, die muss ich gleich noch einmal nachstellen. Man kann ja einmal das Holz dagegen drücken, wenn man an der Stelle eine Bohrung vornehmen möchte und man kann das halt auch reindrücken, wenn man an der Stelle eine Bohrung vornehmen möchte. Wir haben hier nicht nur einen Bohrer, wir haben hier vier Fräser. Wir können aber auch noch hier vorne einen Forstnerbauer reinpacken, hier können wir auch noch andere Durchmesser reinpacken. Das Ganze ist auch pneumatisch angesteuert, das bedeutet, wir spannen unser Material mit Luftdruck. Coole Sache, abgefahrene Maschine. Wie gesagt, ich weiß teilweise noch gar nicht, was man alles machen kann. Man kann ja auch übrigens die Topfbänder da noch einpressen. Ganz, ganz abgefahren. Aber, keine Ahnung, wie man das richtig nutzt. Muss ich mal irgendwann schauen, dass man es jemand mal zeigt. Einmal richtig eingestellt, muss ich nur das Ganze hier an den Anschlag fahren. Kann das Ganze bohren, kann an den nächsten Anschlag fahren. Und so weiter. Und so fort. So, jetzt drehen wir das Ganze einmal und machen auf der Seite weiter. So, die Seitenteile von unserem Rahmen sind jetzt fast fertig. Wir müssen jetzt noch einen Arbeitsschritt vornehmen, damit wir das Ganze später auch mit einer Rückwand fertigstellen können. Hierfür müssen wir einen Falz fräsen und das werden wir hier an meinem neuen Frästisch machen. Schaut euch das gleich mal an. Das hier ist die Fräse, mit der wir das Ganze jetzt machen werden. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dieses Teil hier überhaupt kennt. Also ich habe auf YouTube fast noch keinen, beziehungsweise ich habe noch wirklich keinen gesehen, der diese Ausführung von dieser Maschine hier hat. Das ist nämlich ein Frästisch mit drei separaten Fräsmotoren. Das bedeutet, man kann drei Fräser immer einsetzen. Und hier gibt es einen ganz, ganz cleveren Mechanismus, mit dem man halt eben die Fräser immer auf die gleiche Position hochheben kann. Ich werde euch das im Detail mal in einem eigenen Video zeigen. Jetzt werden wir das Ganze fräsen. Ich werde euch trotzdem zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir das jetzt einrichten. So, erstmal zu meiner Fräseauswahl. Hier habe ich einen 45-Grad-Fräser, einen Falzfräser und einen Abrundfräser. Die sind jetzt eingebaut. Hier hat man noch ganz viel Platz für weitere Fräser und Werkzeug. Und jetzt können wir halt eben den Tisch hier mal runterklappen und können unsere Maschine einstellen. In dem Fall brauchen wir den Parallelanschlag. Also werden wir jetzt hier den Parallelanschlag erstmal fertig machen, dass wir den passend einstellen können. Eine genaue Höhe habe ich jetzt nicht, die ich brauche. Deswegen muss ich hier jetzt nicht ganz so genau eben auf die Höhe achten. Weil die Höhe nicht so wichtig ist, ist in dem Fall aber die Breite wichtig. Ich werde mich da jetzt auch so langsam rantasten. Dafür werde ich die Feinjustierung benutzen. Dann kann ich einfach gleich messen, wie tief ich fräse und das dann halt eben anpassen. Ich stelle die Schaltung jetzt auf die zweite Fräse ein und mache eine Testfräse. So, das muss ich jetzt ein bisschen nachstellen. Das Maß ist schon mal eingestellt. Jetzt werde ich mir hier so eine Andrückhilfe nehmen. Dann kann man eine Fräsung durchführen. Das hat ja schon richtig gut funktioniert, aber eine Kleinigkeit konnte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Und zwar ist das die Absaugerlage, beziehungsweise wie gut das Ding hier abgesaugt wird. Denn das System hinter dieser Maschine, was die Absaugung angeht, ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Aber leider kann ich es euch derzeit noch nicht zeigen. Aber ich weiß, dass sich in Zukunft, wenn die große Absaugeranlage da mal läuft, dieses Ding hier wirklich ausgezeichnet absaugen wird. Die Teile sind jetzt fertig gefräst. Wir haben einen schönen Falz. Ich habe das in zwei Gängen gemacht. Und das können wir jetzt vorbereiten, um es halt eben gleich miteinander zu verleimen. So, gerade eben kurz nicht aufgepasst. Und jetzt habe ich die Flachdübel beim ersten Mal falsch gesetzt. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt einfach das Ganze quasi nicht so, sondern so verbunden. Hält jetzt auch. Die falsch gefrästen Stellen wird man auch nicht wirklich sehen. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber lieber hier als bei irgendwie einer Küche oder so, wenn ich mir mal eine bauen sollte. So, das können wir jetzt mal zusammenstecken. Denn dann müssen wir erst die Schrankrückwand herstellen, damit wir die dann beim Verleimen direkt zusammenstecken können. Das ist alles fertig gebaut. Und jetzt können wir es mal behandeln, damit wir es auch gleich an die Wand hängen können. Heute werde ich mal mein eigenes, finde ich, nicht benutzen, weil ich bin an was Neuem dran. Und das will ich erst noch ein bisschen testen. Für alle, die sich so eine Dose hier holen möchten, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link. Da könnt ihr das Ganze unkompliziert auf meinem OnDarm-Shop bestellen. Und da sind ganz, ganz viele Goodies dabei. Will ich jetzt aber nicht zu viel dazu erzählen. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Eine Stunde sind jetzt etwa vergangen, seitdem ich hier alles behandelt habe. Und so sieht das Holz halt eben jetzt aus. Hat eine sehr, sehr schöne Haptik. Gefällt mir richtig gut. Jetzt können wir das Ganze mal aufhängen. Normalerweise sollte man ja immer mal wenigstens so eine Nacht warten, bis das Öl ins Holz einziehen konnte. Aber ich habe kein Öl mehr an den Fingern. Solange ich jetzt nicht mit total dreckigen Fingern das Holz anpacke, sollte das kein Problem darstellen. Und da kann ich das Projekt auch fertigstellen. Und da kann es an der Wand trocknen. Hier nochmal die Bretter. Sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Hier hinter mir seht ihr auch schon die French Gliedleiste. Das Gegenstück ist an dem Korpus befestigt. Und das Ganze können wir jetzt einfach an die Wand hängen. Das Projekt ist fertig. Alle Dosen sind eingeräumt. Und ich habe jetzt endlich ein bisschen Übersicht und Ordnung und weiß, was ich an Dosen habe. Und ja, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gesehen, bei denen ich viele Dosen einfach nur halb benutzt habe, sie weggestellt habe, habe sie nicht mehr gefunden und habe deswegen eine andere Dose genommen. Aber hier in diesem Regal kann ich das jetzt schön einordnen. Das Schöne an dem Regal ist auch, dass es schön gebaut ist und man es in Zukunft auch noch für was anderes benutzen könnte. Das bedeutet, wenn ich mich irgendwie in fünf Jahren dazu entscheide, das hier irgendwie in eine schöne Küche zu hängen, hier, das hier ist wirklich ein reines Lager und so sieht es dann auch eben aus, dann könnte ich das hier auch wieder ganz einfach frisch machen und es dann auch wirklich in eine schöne Küche hängen, in eine Werkstattküche zum Beispiel und könnte dann hier auch Tassen einräumen. Ich habe jetzt ein bisschen Übersicht, ein bisschen mehr Ordnung, wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Regal. Die Wand ist zwar jetzt voll, aber das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Es ist ein bisschen schade, dass halt die eigentliche Idee vom Anfang nicht funktioniert hat, aber ich denke, damit habe ich, ja, ich denke, das ist auch okay, oder? Ein bisschen Buchen macht es hier voll in der Küche, das ist schon eine feine Sache. Also, das soll es hier heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, verlinke euch hier zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video Tschüss.